Ja tatsächlich, das war weit weg, die Anreise auf das Los Angeles hier, wo Alice im Zoo sitzt und auch glücklich war, dass wir unsere Velos wieder haben. Ich konnte es wie ein Klapp-Velo zusammenbauen, da war ich recht stolz, Auslegenordnung gemacht und schon mal Proben gefahren. Das hat uns niemand irgendwie gestört bei dem Platz, den wir gebraucht haben. Die waren recht erfreut, dass wir unsere Velos zusammenbauen. Und Luca, der dritte, der noch mitgereist ist, musste dann gerade einmal die erste Platte flicken. Ein Ritual, das uns die ganze Reise begleitet hat. Also wir hatten viele Platten, muss ich sagen. Oft war die Luft aus. Auf Los Angeles haben schon Kollegen, auch Kurier, gesagt, ja, das ist zu weit, das ist auch noch gefährlich und so. Die Gefahr haben wir nicht gespürt. Der Verkehr war sehr sorgfältig, auch nicht sehr dicht. Und es war wunderschön, in dieser Oberstimmung, in die fremde Stadt, die ersten Palmen zu sehen. Und auch noch ein bisschen weggetreten eigentlich von dieser ganzen Reise. Wir stehen dann gerade mit dem Velokurier von Los Angeles, in der Mitte der Jungle, dann in ihre Lieblingsorte abgefahren. Geschlafen haben wir eigentlich, ich würde fast sagen, seit fast zwei Tagen praktisch nichts. Und dann hast du dann auch so eine Aufmerksamkeit und da schaut man dann auf Skyline. Losgefahren sind wir gerade am nächsten Tag und dann sind wir ja ein bisschen im Osten von Los Angeles durch den Cleveland Forest gefahren. Viele Indianer reservatet. Wir haben uns eigentlich gut bewegt. Aber das Ritual von diesem Plattenflicken. geschlafen im Zelt. Das war wunderschön. Immer eigentlich ein tolles Plätzchen. Und einmal auf einem Campingplatz. Ja gut, dort ist einfach die Sprengleranlage von der Rasensprengler. Und dann in der Nacht hat er das reingespritzt. Und ich habe gesagt, ja alles Kondenswasser. Und dann hast du kein Kondenswasser gesehen. Das war wirklich die Wasserleitung, die hier der Rasen in der Nacht spritzen wollte. Oder als wir dann auf dem Feld gelegen sind, haben wir irgendwie Schiss gehabt. Also sind wir abends. Wir haben uns geduckt, weil unten zwei Leute am Eingang zu der Wiese standen. Und ja, die haben eigentlich nur ihre Aquarelle gemalt. Und sind wir mit denen in Gesprächen. Und die haben uns dann sehr gewarnt von der Gefahren in Mexiko. Mexiko ist hier schon in Sicht. Weit in hinten an diesen Bergen. Zwischendurch ist noch der unsagliche Zaun. Also so ein Metallzaun. Oder eine Metallwand eigentlich schon fast. Und wir sind dann aber gut reingefahren. Wir haben nicht einmal einen Ausweis zeigen müssen. Also die Richtung nach Mexiko ist, glaube ich, leichter reinzufahren als von Mexiko in die USA. Und es hat eigentlich relativ ähnlich ausgesehen. Von der Landschaft ist sowieso kein Unterschied. Und vom Stadtbild her da. Vielleicht sind Kern ein bisschen bei Äuter gewesen oder so. Also wir haben es richtig müssen sagen, hey, jetzt sind wir in Mexiko. Oh ja. Wir sind auch gut empfangen worden. Hier haben wir Schläuche gesucht. Und die Herren Polizisten auf ihrem Fahrzeug haben uns dann eskortiert. Und haben uns am Sonntag noch zu einem Laden geführt. Vielleicht ist jetzt beim Hintermarsch die Sprintstärke auf dem Velo nicht gerade in dieser Grössenordnung da. Um jeden Dieb zu verwischen. Aber die sind recht interessiert an uns zu sehen. Und haben auch die ökologischen Gedanken von diesem Velofahren rausgestrichen. Es ist rauf und runter gegangen. Und beim Radfahren hat man dann mit dem Fixi dann schon gemerkt, dass man ein bisschen auf einer Eimmaschine sitzt. Und das gibt dann so komische Glücksgefühle. Weil die Absurdität von dem, dass es einen da durchschüttelt und so. Ja, die führt dann zum Lachen. Wenn man ihn jetzt, wo die Frage der Luca rauf gekommen ist, ist er immer rauf gekommen. Und es rauf gekommen ist dann schon, gerade der, der noch ohne Bremse gefahren ist, manchmal eine Herausforderung gewesen. Die Strecken waren lange. Und das hat sich dann schon gezeigt, richtig Wiesti. Dass man da doch eine gewisse Konzentration anstreben muss. Also ja. Ich habe dann mit allen Diskussionen gehabt. Hey, jetzt einfach mal nicht mehr sprechen. Jetzt fahren wir. Ja. Und es kommt dann schon als Nirvana, oder? Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, das nicht mehr zu sprechen. Das zieht sich noch ein bisschen durch. Aber es ist schon eine mentale Frage, so eine Strasse zu fahren. Und die erste Erfahrung mit der Hitze war gross. Und dann war ja manchmal auch kein Belag mehr. Und ja, man hat dann einfach eine Schattenplätze gesucht. Und äh... Und äh... Die Luft war raus, nicht nur aus dem Pneu. Es... Ja, es hat eine gewisse Überwindung gebraucht. Die Hitze selber hat einen manchmal umgeschlagen. Also hier jetzt zum Beispiel haben wir wirklich... diesen Schatten gesucht. Und diesen auch gefunden. Dann haben wir einen Bouillon gemacht und so. Und so sind wir wieder ein bisschen weg gewesen. Und dort wo es ganz hell ist, dort hinten rechts, ist der Pazifik. Es hat dann ein wunderschönes Bad gegeben. Ausgerufen haben wir uns in so einem Hotel und äh... Und haben dann langsam gemerkt, dass wir eigentlich zwischen elf und fünfen uns da nicht mehr bewegen. Und äh... Und äh... Und äh... Und äh... Und... Ja... Gemütlichkeit. Somit sind wir dann zu Nacht gefahren. Oder dann ganz früh am Morgen. Und äh... Es war eine schöne Stimmung. Es war meistens so... Ja... Dann schnell mal so... 18 Grad rum gewesen. Und äh... Nicht so warm wie am Mittag, als das da über 40 war. Der Geruch war auch toll. Von diesen... Von diesen... Von diesen Morgen. Und auch in den Oben hinein. Ja, die Alice war beim Abendfahren immer sehr glücklich. Da war sie vorne weg dann. Und äh... Hat natürlich die Beine ein bisschen... Lampen. Und hatte einen grossen Gang zum Zug geben. Wir sind dann auch nach hinten hoch gehächelt. Wenn wir dann nachtlang gefahren sind... Ja... Dann haben wir meistens auch noch irgendwie etwas zu essen bekommen. An diesen kleinen Kiosken. Tortillagessen. Das ist meistens eine grosse Mama. Auch entsprechend Präsenz. Äh... Körbliche Präsenz. Und... Hat dann ihre... Tortillagessen verkauft. Und... Wenn wir dann... Wie ich das Nachttage auch Platz mehr gefunden haben. Zum... Zum... Zum Pennen. Dann haben wir... Zwei Mal zum Beispiel einfach... Einmal die Bus gepennt. Also sind ein Stück weiter gefahren. Und haben... Auf die Velos reingeged und haben den Bus gepennt. Und sind dann... Am Morgen fit... Für die nächste Etappe dann... Ja... Wieder da gestanden. Ich bin zu... Ich bin zu... Wir sind... so... Und ich bin zu... hier. Ich bin zu... Ich bin zu... ... Vielen Dank.